Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Es gibt mal wieder ein Update zu Rabi Matondo, denn wie man nun auch offiziell von Schalke gehört hat, ist Matondo derzeit für Transfergespräche freigestellt und wird auch nicht am heutigen Montag mit ins Trainingslager fliegen. Das sind soweit die Fakten, die es gibt, denn der Matondo-Wechsel steht wohl kurz vor dem Abschluss. Es soll ja für ca. 3 Millionen Euro zu den Glasgow Rangers gehen. Der Flügelspieler ist auch schon auf dem Weg nach Schottland, sollte wohl auch schon gestern den Medizincheck absolviert haben. Aber wie es dann jetzt weitergeht, sprich was die weiteren Details des Deals anbetrifft, gibt es dann noch verschiedene Meldungen. Denn laut Sport1 müssen die persönlichen Verhandlungen mit dem potenziellen neuen Verein, sprich den Glasgow Rangers, noch endgültig geklärt werden. Es ist wohl doch noch nicht alles fix ausgehandelt, aber es erwarten wohl alle Parteien einen Wechsel. Am heutigen Montag sollen dann weitere Gespräche geführt werden. Soweit berichtet Sport1, dass eben die ganze Geschichte noch nicht so gut wie durch ist. Laut der WAZ ist dies aber der Fall. Denn die WAZ berichtet, dass Matondo für eine Ablöse von 3 Millionen Euro zu den Rangers wechselt. Und es fehlt wirklich nur noch die offizielle Verkündung. Wem man jetzt eher glaubt, kann sich jeder selber aussuchen. Sprich laut Sport1 gibt es noch Verhandlungen zwischen Matondo und den Rangers, die geklärt werden müssen. Laut der WAZ ist das schon längst passiert. Es fehlt nur noch die offizielle Verkündung. Und dann könnte der Wechsel eben auch jetzt oder die nächsten ein, zwei Tage offiziell gemacht werden. Aber was man festhalten kann, es sieht sehr, sehr gut aus, dass wir Matondo endgültig verkauft bekommen. Ablöse soll wie gesagt ungefähr im Bereich von 3 Millionen Euro liegen. Damit ist wohl auch klar, dass es keine Abfindung von uns am Matondo gibt. Weil sonst möglicherweise vielleicht auch eine höhere Ablöse drin gewesen wäre. Und das wäre dann sicherlich finanziell auch ein durchaus guter Deal für uns. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.